Moin Moin, seid gelöst die Leute, nochmal LS22 Nordphysische Marsch, vierfach auf dem Weg. Unser Neuerwerb, ne, aus der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal rein. Ich habe nicht geschummelt, wir haben ziemlich schnell ziemlich viel Geld verdient und dann haben wir, ne, schnell mal zwei neue Felder gekauft. Dann müssen wir jetzt noch Bodenproben ziehen. Dann werden wir nur noch kalken müssen und düngen. Und dann können wir in Ruhe warten, bis es dann irgendwann erntereif ist. Erst wird Trilikale erntereif werden, im Moinie, wie ich das jetzt richtig gesehen habe. Und, ja, ein bisschen später Leinsaat, ne. Das ist cool, so viel Leinsaat. Lachs ohne Ende. Leinsaat ohne Ende. Ja, und wir müssen die nächsten Investitionen... Mehlfabrik. Wollt ihr denn doch nochmal ein weiteres Gewächshaus auf der Fläche da? Sobald wir Reu rasen, also sobald wir Vermehrungsgras dreschen können, natürlich auch ein Reu rasen. Oh, wieso ist das denn keine... Das ist doch schon eine Reifung. Dann so mal, ne. Das ist wie Fahrspuren, ist auch nicht ganz so schlimm. Dann dann nachher die Wohlnehmen mit Autodrive, mit Crossplay, das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel, zu sinnlos platt fahren. Weil an sich für so eine Fade-Optik, finde ich, sind diese Spuren eigentlich sowieso eigentlich immer schöner, ne. Aber ich würde es nie, glaube ich, so schön hinkriegen, dass ich das aktiv habe, ne. So, mit diesem Fahrgassen sehen und sowas. Und man, das war nicht so wirklich irgendwelche, ne. War nicht so wirklich Schwumreifung, ja. Also, jetzt haben wir jetzt wahrscheinlich 8000 für das Feld. Die Strecke steht bei mir im Museum, ja. Aber jetzt bin ich, die Fliegenbereifung liegt nicht am Träger, oder? Das ist nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, aber das fährt er ja nicht kaputt. Jetzt kann ich den von hier zu 66 zum Beispiel mit dem Helfer rüber schicken. Ja, also wie gesagt, an sich finde ich das sogar schön mit diesen Spuren, weil ich sage mal, für ein Feld in Wirklichkeit sieht es einfach immer schöner aus, wenn solche Spuren drin sind, ne. So, von den Spritzen, aber man müsste dann immer die gleiche Arbeitsbreite haben, damit das dann auch so stimmig ist, mit was weiß ich alles muss irgendwie, ne. Auf 18 Meter Breite sein, oder so. Angefangen vom Kalken, vom Düngen. Eine kleine Fenster, eine Spritze könnten wir im Community Projekt gut auch gebrauchen, ja. Ja, weil wir kommen ja ganz gut voran, ne. Also von daher. Also ich glaube noch nicht, dass es ein Jahr, also im nächsten Ingame, ne. Wir sind jetzt ja schon im Ingame-Jahr, ne. Wir sind auch schon im Frühling. Von dem neuen Jahr. Also da werden wir kleine Fortschritte machen. Ein größerer Jahr, aber wahrscheinlich erst noch ein Jahr weiter, wenn wir noch ein paar mehr eigene Felder haben. Ja, noch recht überschaubar. Also, wir werden jetzt auch im... Wir werden ja weiterhin noch auf Mission angewiesen sein. Und bei Mission machen wir ja nicht den Riesenrei wach. Wahrscheinlich erst ein Jahr weiter, wenn die ganzen Drescher und alles abbezahlt sind. Ja, so gut wie keine Schulden mehr drauf sind auf dem Flurpark. Wir werden ja auch noch kein Geld hatten für eine Produktion bisher. Wir brauchen auch keine Rohstoffe für eine Produktion. So, hier machen wir die Karte wieder auf groß. Sonst ziehen wir nämlich jetzt nochmal von 66 ein paar Proben. Über die Feldeinfahrt finden und nicht einfach vorbei heizen, weil wir auf die Karte gucken. Hier fahren wir natürlich auch platt. Achso, ich muss erstmal ausklappen, ne? Wie gesagt, wir haben zum Glück einen relativ großen Radius. Wir müssen natürlich nur einigermaßen im Winkel bleiben. Ja, Düngermissionen sind auch okay, aber wir müssen den ganzen Dünger zukaufen, weil wir noch keinen eigenen produzieren zum Beispiel. Wohl Mist und so haben wir jetzt ja bald, ne? Mist und Gölle, glaube ich, hatten wir. Moin Moin. Danke fürs rein, weil denn... Danke fürs... Später reinschalten, vor allen Dingen. Morgen Abend, ne? Mal gucken. Wir sind wahrscheinlich auch wieder so um den Beinen, drei, vier Stunden. Fast vergessen zu drücken, hier. Eine Probe. Ja, alles was so schön bunt ist auf der Karte, ist schon unser Land, ne? Schmeckt gut. Ein Jahr weiter, wir haben alles, glaube ich. Ich glaube, das Ende des Jahres wird ja noch einiges an Produkten produziert werden. Wollen wir jetzt mal gucken, was wir alles noch auf Naga haben. Wo wir jetzt alles radikal alles verkaufen würden. Ne, ne, gleich Feierabend. Ich muss morgen, ne? Um sechs aufstehen. Trotzdem aufs Sofa. Wobei erstmal hier gleich noch die Folgen fertig. Was lädt das hoch auf YouTube? Dann sozusagen noch eine halbe Stunde, Stunde aufs Sofa. Oh, jetzt habe ich... Einmal zu spät gedrückt. Jetzt haben wir da keine guten Daten. Also schon, ups, schöne Spuren, die ich hier reingefahren habe. Ja, ne? Also düngen und hier Kalken machen wir natürlich gleich wieder mit dem Helfer. Das muss auch wieder so geschickt eingerichtet werden. Dass das... Dass er sich selbst auffüllt. Beim Dünger könnten wir sogar fast noch überlegen, auch den Überladewagen fertig zu machen. Weil ich glaube, 65, 66, die beiden werden richtig Dünger verschlingen. Wobei, Leinsat ist, glaube ich, gar nicht so schlimm zum Düngen. Oder? Wir haben nichts mit Füllkrug gemacht. Ich hoffe mal, dass er jetzt auch nicht spielt, wenn er demnächst mal richtig spielt. Das erste Spiel jetzt sein, dann kann es ja nicht zählen. Da habe ich gespannt. Aber jetzt ist ja leider... Naja, ne? Dann sage ich mal nichts. Länderspielpause. Da brauche ich nur 100 Kilo, ist nicht viel, ne? Kritikale wird wahrscheinlich mehr verbrauchen. Ich wollte meinen hier Probenergebnis da. Ja, das verbohrt es aber langsam. Warum nicht, ne? Ach, jetzt hat er 8.000 haben wir ausgegeben. Sonst hätten wir fast 100.000, glaube ich, ausgeben müssen. Hätten wir auch keine Spur reingefahren. Aber ich glaube, den Verlust vom Betreide, dass wir jetzt plattgefahren haben, das hält sich in Grenzen. Und richtig. Ich sencillte. vertreide. Ich würde also totalen... Darvend haben wir auch nicht. Ich bin es nicht so. Ich würde schon mal ein bisschen aufhörerin. Ich glaube, es ist ein bisschen... sehr viel zu viel. ich weiß nicht so, dass ich nicht so. Es geht. also eine leichte verletzung ich weiß nicht genau ja ich weiß auch noch nicht ob das jetzt also mit füllkrug also ich hätte glaube ich eher gesehen dass wir noch irgendwie jemanden in der abwehr brauchen und nicht unbedingt im sturm weil man hätte man koko vielleicht aber auch mal ein bisschen einsatzzeit geben müssen mehr als nichts mehr als nummer zehn minuten sondern einfach auch mal zwei drei spiele oder vier spiele wie auch immer so das machen wir mit dem helfer also es ist eigentlich egal welchen wir nehmen also der steuer steht ja noch da und zum kalken nehmen wir dann noch eine geschweige dem wir aber muss natürlich dann wieder sauber also wir müssen auch noch kalt glaube ich zum hofs überholen und kurz mal gucken wie viel wir hier haben dann haben wir bestimmt eben auf den lkw oder so rumstehen weiß ich nicht genau hier ist leer also hier nochmal kalt hinbringen oder jetzt 280.000 haben wir also vier ladungen haben wir hier wohl hingefahren aber ich glaube die werden wir fast brauchen ja oder die noch vor machen so große feldern ich glaube 66 haben wir noch nicht kalkuliert dann müssen wir auf jeden fall rauffahren stück mehr das wird also mit dem zweiten kalkstreuer auch gleich jetzt aufs nächste also auf beide felder gleichzeitig kregen es dauert das wieder zu lang ja ich sag mal was die bezahlung angeht ist es wahrscheinlich so wie die deutschen sind schon alle komplett überbezahlt aber wenn man andere liegen an krisen wesentlich mehr geld weil man sieht wie harland sozusagen auch in england durchzieht was die anzahl der tore angeht war das ja vom verhältnis sogar besser eigentlich als in deutschland also scheinbar aber egal interessiert mich nicht interessiert nur das doppel auf die spiel kommen die nächsten spiel auch jetzt nationalmannschaft ist mir echt relativ egal naja also es ist fast von da ist es fast egal da können wir auch fast zum rinderhof einfach fahren so ein bisschen näher als der haupthof und rinderhof meine ich haben wir auch ein bisschen was eingefüllt ich weiß auch nicht was du da wieder gelesen hast ich habe selber nicht gelesen also kann ich da nichts zu sagen ich kann ja immer nur eine meinung oder irgendwas dazu sagen wenn man das selber gesehen hat gelesen hat und das wirklich wirklich eine echte aussage war und nicht irgendwelche kresse news die wieder ein bisschen aufgepauscht worden sind damit sie sich in das hat anhören und schnell multiplayer gibt es ärger und so das fährt ja wenn man das alter von harland anguckt ist auch nicht weit weg vom kind und sie sind ja relativ jungen auch noch von 20 fünf sechs jahre herrne war mir gerade 15 so macht dann oder das ist natürlich schon krass mit dem alter was für so einen millionen da hantiert werden unglaublich eigentlich immer noch so da sind wir auf 66 angekommen und jetzt mal irgendwas schönes kalkulieren ein kleines stück aufs feld fahren aber dann würde ich schon irgendwie gucken dass wir hier was kalkuliert kriegen das machen wir noch dann kann ich beim nächsten mal gleich produktiv damit starten zwei vorwände ruhig auf bahn anfangen scharf das wird dauern auf dem feld muss speichern kalken 1166 kalken mit 18 metern erster wegpunkt den muss ich noch anklicken glaube ich bin mal gespannt wir gucken uns gleich nochmal seinen theoretischen zeitaufwand an oh hier ist keine erde mehr ist alles verkauft hier ist auch keine milch mehr ist auch alles weggekriegt klappklappklapp hier ist auch nichts mehr aber zum hohen noch das ist ziemlich kaputt aus wo ist unser 65er hier ist es sehr schön hier 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 das stimmt so 65 da oben anfangen ist doch gut verspeichern kregen also jetzt 65 kalken kalken 18 meter ist der w-punkt da würde ich übergeben wobei das übergibt heute eh nicht mehr aber wir sind am ende der folge wir gucken aber noch kurz wie lange der andere braucht auf 66 kalk mit 18 meter würde geschätzte weil er muss noch ein paar mal auffüllen also es wird länger dauern als was da steht eine stunde 40 weiter der haut kalk raus also wird ein paar mal zwischen fahren müssen wir sehen am sonntag über aber nix da muss man ein bisschen was gemacht werden einfach hier sonst gibt es keinen guten ertrag später natürlich muss man überlegen noch ein kalk außen silo zu bauen auf dem anderen feld wird ja nur ungefähr eine hälfte brauchen von der zeit obwohl der boden hier glaube ich auch ziemlich schlecht ausgestattet ist vom kalkgehalt was dann bedeuten würde muss auch häufiger auffüllen ja morgen abend wie gesagt freitag abend bleibst du wieder community am samstagabend wird nix sein sonntag vormittag ganz normal wieder geht es dann hier weiter aber wir haben noch ein bisschen zeit also dementsprechend sollten wir eigentlich bis zur zum start der gerste ernte sollte wir schaffen das will nur mal sein dass seine zeit eine schätzung sehen da ist so 50 minuten 40 oder so 57 minuten und das ist gelb und orange und das muss grün werden da geht richtig was bei drauf ja gut liebe leute vielen dank fürs reinschalten ich wünsche euch noch einen schönen abend angeben nacht wohl vielen dank für euren support danke fürs reinschalten und dann geht es so demnächst weiter bis dann vielen dank und tschüss bis zum nächsten mal